Ja, ist ja nun mal so, die Hundeerziehung ist richtig modern zurzeit, also modern ausgerichtet. Viele alte Zöpfe werden verurteilt, sind auch abgeschnitten, einige mit Recht, einige könnte man sich darüber streiten. Und das, wo man sich wirklich darüber streiten könnte, ist lustigerweise immer noch ganz, ganz präsent. Und das ist dieses unsägliche Thema Rangordnung. Und darüber möchte ich einfach mit euch sprechen jetzt in diesem Video. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen in meinem Reich. Wir mussten uns heute wieder mal schön schattiges Plätzchen suchen. Heute kann sein, dass hier mal heute mein alter Terrier-Opa durchs Bild wackelt. Den habe ich eigentlich auch gleich so ein klein wenig als Aufhänger genommen für dieses Thema. Weil, ja, Hundeerziehung hat sich ja also wirklich in vielen Belangen echt, Gott sei Dank, gewandelt. Es ist sehr viel dazu gekommen, was auch letztendlich irgendwie das Verständnis für das Tier dann auch noch mit beinhaltet. Und das ist alles gut so. Nur führt das eben diese ach so moderne Hundeerziehung leider sehr, sehr oft ja nun mal dazu, dass der Hund meint, er wäre der König. Dass der Hund durchaus schon im Welpenalter sowas wie ein Krönchen aufgesetzt bekommt, weil er sofort kapiert, ach so, die haben mir was zu bieten. Dann gut, dann zu bieten, dann fordere ich jetzt mal. Und das wird ja auch dann erfüllt. So, jetzt wird der Hund älter und älter. Und schon ist das, was man eigentlich bräuchte, um der gefühlte Rudelchef zu sein, der da, ja, auch viel bediente, ihr Leitspruch, weiß ich nicht. Das, ja, aber das geht dann halt nicht mehr. Wenn die Hunde erstmal, sagen wir mal, wirklich dann das Sagen haben, weil sie es gewohnt sind, immer das zu bekommen, was sie jetzt auch haben wollen, dann fehlt das, was unabdingbar ist dafür, dass der Hund mir zuhört und mich überhaupt wahrnimmt und halt letztendlich das macht, was ich von ihm verlange, nämlich Respekt. Ist so. Terrier, da ist er ja. So, beim Terrier ist das, also ist deswegen, also eigentlich mit das beste Beispiel, äh, komm mal her, du Wurst. Komm mal hier, komm mal her. Ähm, es ist tatsächlich wirklich eigentlich mit das beste Beispiel, weil so ein Terrier, ähm, gerade wenn er dann auch noch zum Jagen da ist, äh, der hat schon natürlich sein eigenes Köpfchen, der lässt sich vom Prinzip her eigentlich schon eine ganze Menge sagen, aber es muss Sinn machen, ne? Also, der fragt nicht, uh, der hat aber mehr Muskeln als ich, da muss ich aber jetzt horchen oder so. Oder, oh, der lässt mich nicht aufs Sofa, äh, ich glaube, ich bin die Niete. Äh, oder, 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 oder. Das ist alles für den Hund, äh, völlig unwichtig. Das, was, was der braucht, um einen als, ähm, ja, Rudelführer zu, anzuerkennen, das ist, äh, dass ich sinnvolle Sachen für uns beiden entscheide. Ähm. Ähm, und, äh, das ergibt sich im Tun. Da kann man nichts für erreichen, wenn man jetzt dann, äh, ähm, ähm, jetzt vielleicht sogar schon so ansatzweise verzweifelten Hundebesitzer rät, dass man jetzt mal so ein bisschen für Distanz sorgen müsse, weil dieser Hund, der müsste erst mal wissen, wo da sein Platz ist im Rudel. Ähm, und ab da darf der dann nicht mehr aufs Sofa, der darf jetzt keine Nähe mehr zum Besitzer bekommen, einfach so und so weiter. Das sind alles Ansätze, die sind sogar hochgefährlich, ähm, weil der Hund da auf sowas überhaupt nicht vorbereitet ist und weil es eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Ähm, aber verzweifelte Hundebesitzer, ähm, folgen dann tatsächlich gerne auch mal solchen, solchen Ratschlägen, weil sie einfach meinen, naja, gut, fühlt sich irgendwie doof an, aber muss wohl, muss wohl so sein, tun's dann eh halbherzig und, äh, das löst eigentlich überhaupt gar keine Probleme, sondern macht sogar neue dazu und, äh, das ist etwas, was ich, äh, die letzte Zeit ein paar Mal jetzt, ähm, als Fall eben dann da hatte, wo ich was, äh, zu raten musste und da war das wirklich genau so und deswegen dieses Video. Das, was man wirklich erst mal begreifen muss und das, das hört sich aufs Erste vielleicht so ein klein wenig verdreht dann und irgendwie, irgendwie irgendwie unlogisch, aber wenn man sich das nochmal so ein bisschen das Köpfchen gegenlässt, dann wird es sogar sehr, sehr logisch. Ähm, Hunde sind nicht auf der Suche nach irgendeiner Rangordnung, Hunde sind nicht auf der Suche, ähm, danach, dass sie jetzt wissen, sie stehen im Rang unter dem zweijährigen Kind, weil das ist albern, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist, äh, völlig, äh, ab, ab von jeglicher Realität, ähm, aber es spricht sich ja so schön aus, ne, äh, nein, das ist der Hund überhaupt gar nicht und, ähm, solche Sachen überhaupt zu denken, ist eigentlich irgendwie blöd, weil, Rangordnung in einem, in einem Rudel, da müsste man ja erst mal definieren, was, was, was ist jetzt für mich eigentlich erst mal Rudel, reden wir jetzt hier, ähm, von, von einer Wolfsfamilie, äh, was dann Sinn machen würde, ähm, 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 oder ist das, ähm, jetzt tatsächlich bin das ich und mein Hund, ähm, ja gut, meine Familie meinetwegen und der Familienhund, oder irgendwie so. Ähm, wenn ich da jetzt meine, ich bekäme da einen, der, den Hund, äh, der sich dann mir unterordnet, ne, da sind wir schon wieder bei diesen ganzen, eigentlich nicht so schönen, äh, Worten, äh, die man doch eigentlich alle weghaben wollte, oder? Äh, äh, das, das, das hat, das braucht alles überhaupt gar nicht sein. Das Einzige, was sein muss, ist, dass ich meine, also klare Vorstellung habe, wo sich mein Hund wann bewegen darf, das kann ich alles wiederum positiv üben, wenn ich da mit ein bisschen Plan dran gehe, weiß, dass mein Welpe innerhalb von ganz kurzer Zeit schon, dass ich den zum Beispiel nicht am Esstisch haben möchte, wenn wir, wenn wir jetzt gerade essen, das muss ich nicht mit irgendwie, weil ich hier der Dickere bin, oder so, den Verschrecken, oder sowas machen, sondern ich kann es einfach wirklich mit ihm üben, dass der weiß, was soll er dann machen, wenn ich am Tisch sitze. Kann ich ganz, ganz simpel, kann ich das üben, lauter, so kleine Szenarien, weiß der Hund das, äh, nach ganz kurzer Zeit, ach so, wenn die das machen, dann mache ich das. Und schon ist der Drops gelutscht und, ähm, alles ist jetzt gut. Man hat keine Rangordnung festgesetzt, sondern Spielregeln. Ähm, und darum geht das eigentlich. Weil, wenn man jetzt, wenn man so denkt, Rang, dann ist das immer, ja auch allein schon das Wort, ähm, impliziert einfach auch schon so eine Art Wettkampf. Ähm, aber es ist kein Wettkampf, sondern bei Hunden funktioniert das gerade, weil sie Rudeltiere sind, ähm, wir übrigens ja auch, ähm, einfach dadurch, dass, äh, dass man, äh, einfach, man erlebt das, was jemand tut. Es sind gute Sachen, dann sagt man, passt, es sind doofe Sachen, die sich für mich blöd anfühlen, die vielleicht sogar, ähm, für, für, äh, Rudel, also für Rudel-Mitglieder insgesamt blöd ausgehen, weil es eine falsche Entscheidung war. Wenn sich das aufsummiert, äh, dann, äh, wird mein, mein, mein Ansehen bei, auch bei meinem Hund, den ich gekauft habe, den ich ganz doll liebe und auch gut versorge und was weiß ich dann auch verwöhne, was, was denn, ja, alles, was so dazugehört, ähm, werde ich im Ansehen sinken. Ich bin da nicht mehr wichtig, deswegen hört er mir nicht mehr zu. Nicht, weil ich jetzt vergessen habe, dem zu sagen, dass er nicht als erstes durch die Tür soll oder sowas. Das ist überhaupt nicht wichtig. Das sind Sachen, die man, äh, machen kann, die durchaus auch natürlich überhaupt nicht schaden, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich, ähm, mir sogar Szenarien suche, wo ich dem Hund zeigen kann, ähm, äh, du wartest jetzt und ich mach das erst, ähm, aber dann, äh, geht es nicht darum, äh, sich mit dem Hund zu messen, wer als erstes durch die Tür kommt, sondern ich sag dem, was er machen soll und wenn er sagt, jo, kann ich mit leben und das ist, ähm, ganz locker zu erreichen, dann wird er das tun, ohne dass er da jetzt anfängt, ich will aber als erster oder so, ich bleib jetzt ein bisschen kleben bei diesem Beispiel, aber, ähm, ich fand das so, weiß nicht, so augenscheinlich irgendwie. Worum das eigentlich alles geht und, ähm, lustigerweise ist das wirklich immer noch, äh, so fest drin, wenn, ähm, wenn, wenn Hunde, ähm, also wirklich rein positiv dann eben trainiert werden und dann vom Charakter eben auch eventuell dann eben nicht so die super Weicheier sind, sondern einfach, da reicht ein ganz normal strukturierter Hund, der einfach sagt, ey, du spinnst hier jetzt gerade, äh, das mach ich jetzt lieber anders, weil ansonsten ist das ja alles doof. Ähm, es muss kein Killer sein oder wie auch immer, dass der Hund dann drauf kommt, äh, das ist jetzt hier Schwachsinn, äh, nee, das mach ich jetzt nicht mit. Ähm, und dann wird er so reagieren, meistens überhaupt gar nicht mit Aggression oder so, sondern einfach mit, ja, gepflegtem Desinteresse. Ne, also der nimmt einen dann nicht mehr für voll. Das sind dann so die, ähm, Sachen, der, der, der nimmt mich gar nicht wahr, ähm, der, der, der tut so, als wäre ich gar nicht da und so weiter. Ähm, ähm, ja, stimmt, ist so. So, wenn man in diesem Denken dann kleben bleibt, also der muss im Rang unter mir sein und dann am besten auch noch, ähm, unter den, äh, kleinen Krabbelkindern und so weiter, dann, ähm, denkt man auch immer gleich noch eben in, 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 ja, eigentlich in eine Richtung, also, dass der Hund dann auch dann öfters mal erleben soll, dass er halt, ähm, der Rang niedere ist oder wie auch immer, dann kommen in diesem, in diesem Windschatten dann auch noch, äh, gerne dann mit solche Sachen, die dann sogar von Trainern und oft auch sogar von Tierärzten geraten werden, dass man den Hund unterwerfen solle. Also diese, diese, diese komische Ausdruck Alpha-Rolle, also dass ich dem dann da, dass ich den auf die Seite legen soll und dann bis er sich nicht mehr rührt, ähm, und, äh, dann hätte er irgendwas begriffen, äh, wenn man dann die Kunden fragt, die das dann, ja, die das dann mitgemacht haben, aus, ich will das nicht werten, weil die waren ja auch bloß verzweifelt, und da wird dann zum Beispiel beschrieben, dass da im Raum, wie das dann, äh, dann eben wieder, wie der Hundebesitzer das dann durchziehen sollte auf Raten des Hundetrainers, der da meistens geschmeidig irgendwo im Sessel saß, ähm, dass da ein ganz starker, penetranter, süßlicher Geruch im Raum war, dann kann ich das einfach mal so behaupten, dann hat dieser Hund gerade, weil er gedacht hat, es geht um seinen Arsch, ähm, seine Analdrüsen entleert. Das ist der Gestank. Und das tun Hunde nur, wenn sie glauben, dass sie gleich sterben. Ähm, so, das ist toll, ne? Also das ist jetzt, das ist richtig super, dann hat man jetzt richtig was geschafft. Das ist natürlich ein Albtraum, ne? Ein Albtraum für den Hund, ein Albtraum für den Besitzer, weil der will das ja gar nicht machen, ähm, und dann auch noch obendrein so, dass der Hund komplett das Vertrauen verloren hat in seine Besitzer. Viel zu oft schon passiert, wird nicht so gerne kommuniziert, weil das ist ja dann immer so in dem Bereich, ja, ich konnte nicht mehr anders und so, der hat ja gemacht, was er wollte und jetzt musste man einfach mal für Klarheit sorgen. So, ähm, natürlich ein Wahnsinn, ein, ein absoluter Wahnsinn, aber es passiert so oft, als dass man da jetzt einfach so tun sollte, als wäre das nicht so. Hunde haben, ähm, so viele Verhaltensweisen, ähm, eigentlich im Laufe der Evolution entwickelt, ähm, die, die einfach immer auch als Ziel haben, dass man sich nicht wegen Kleinigkeiten nun komplett die Rübe vom Hals reißt. Ähm, Beschwichtigungssignale, äh, dann auch wirklich auch mal, ja, ähm, alles klar, ich gehe jetzt zurück, solche Sachen. Ähm, eigentlich alles schon auch durchaus irgendwie vergleichbar, ähm, mit unseren Sachen, ähm, also Mensch-Mensch-Geschichten. Ähm, und deswegen spinne ich auch immer gerne so ein bisschen diese Sachen zusammen, dann wird es vielleicht einfach so ein bisschen augenscheinlicher, weil, ich meine, gut, ich bin mein eigener Chef, ähm, ich mache natürlich immer nur die richtigen Sachen. Ne, Quatsch, aber braucht doch jeder sich mal, der jetzt in einem Angestelltenverhältnis, ähm, ja, jetzt sein Geld verdienen muss oder auch darf, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, wenn der jetzt einen Chef vor die Nase gesetzt bekommt, ähm, bekommt, der, ähm, vielleicht noch nicht mal was kann, der das irgendwie geschafft hat, jetzt an diese Position zu kommen, der nur Scheiß baut, ähm, andere dafür, für die er eigentlich verantwortlich wäre als Chef, ähm, dafür verantwortlich macht, ähm, der Laden läuft nicht, alle sind unzufrieden und laufen mit Sonderfresse durch die Gegend. Ähm, das ist, das ist unproduktiv, das ist einfach, da schleift es an allen Ecken und Kanten, da läuft es nicht rund, wie soll ich denn jetzt sagen, ne, irgendeiner muss Entscheidungen treffen, das ist ganz klar, ähm, aber wenn man jetzt, ähm, normal draufguckt und so ein Hund denkt zum Beispiel ja nun auch jetzt nicht so super kompliziert, ähm, wenn es halt passt, wenn alle zufrieden sind, äh, dann hat da irgendjemand einen guten Job gemacht, ne, und, äh, dann braucht man eigentlich gar nicht so drauf bestehen, dass man jetzt super der Chef ist oder irgendwie sowas, äh, sondern das ergibt sich dann von ganz, von alleine, weil man sich den Respekt verdient hat. Den kann man nicht kriegen, genauso wie viele Eltern Respekt von ihren Kindern nicht verdient haben, meine Meinung, ne, weil, äh, das kommt nicht durchs Erbrecht, sondern das müssen auch Eltern sich erarbeiten, ähm, finde ich schon, das ist eine Riesenpflicht. So, und bei den Hunden ist das eigentlich ähnlich. Du bekommst den Respekt, ähm, von deinem Hund von ganz alleine, wenn du für euch beide, ähm, gute Entscheidungen triffst, wo ihr dann nicht wegen jedem kleinen Sitz meinetwegen gleich aneckt, sondern wenn es nur um wesentliche Sachen geht, äh, das wird kein Hund der Welt abstreiten, ne, und jetzt nicht immer gleich so diese, diese, also wirklich krassen Beispiele da, wo ein Hund dann sofort gleich die Zähne auspackt und dann, ähm, einem da irgendwie an die Wäsche will oder sowas, das sind meistens noch ganz andere Themen, ähm, sondern einfach ganz klare Sachen, ne, das machst du jetzt nicht. Ähm, und nicht sofort, ähm, miteinander raufen wollen, in dem Sinne irgendwas ausfechten, damit die Rangordnung klar ist oder sowas. Das ist, ähm, ein, ein ganz großer Denkfehler, ähm, der meistens nicht offen ausgesprochen wird, aber wenn Leute erstmal so verzweifelt sind und merken, äh, dass das einfach mit dem Hund jetzt gerade wirklich gar nicht so läuft, dann fallen die oft auf solche Ratschläge rein und das macht die Sache nur noch schlimmer. Deswegen, ähm, gibt's eben auch meine ganzen anderen Videos, wo ich das, äh, immer wieder versuche, äh, zu erreichen, dass man natürlich seinen Hund auch verstehen muss. Also, was sind seine Bedürfnisse, ähm, was, was muss da erstmal in Einklang gebracht werden, damit das andere funktionieren kann, weil wenn es an einer Ecke richtig scheuert, dann kann ruhig das andere alles perfekt sein, aber dann wird es trotzdem nicht rund laufen, ne, und da immer wieder mein Spruch, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren sollte, ähm, damit es, damit es einfach läuft. Da sind, äh, ganz viele Sachen da wichtig, die gar nicht wichtig zu sein scheinen, nämlich nichts, äh, weit weg von Sitz und Platz und Fuß und sowas, äh, sondern wesentliche Sachen, äh, das machst du jetzt nicht, zum Beispiel, oder nee, das lässt du. Ähm, auf diese, auf diese Art und Weise sogar eben ausgesprochen, denn, dass der Hund wirklich merkt, äh, äh, uh, da gibt's ja gar nichts zu diskutieren, ne, und wenn man da nur so ein bisschen Fantasie hat, ähm, und sich so Trainingsszenarien einfallen lässt, natürlich möglichst mit dem jungen Hund geübt, weil das einfach leichter ist, was Hens hier nicht lernt, und so, kennt die Sprüche alle, ähm, da ist halt leider eben dann noch was Wahres dran, ne, ähm, dann, dann geht es, und dann läuft es auch, und dann redet man auch nicht über solche, solche dämlichen Sachen wie Rangordnung, weil dann wären wir fast schon wie bei einer Hackordnung, aber das gibt es wirklich nur bei Hühnern. Das gibt es aber auch bei Hühnern, weil, äh, schmeißt da mal eine Fremde, eine neue Henne rein in so einen, in so einen bestehenden Haufen, dann kriegt die erst mal Prügel ihres Lebens, ne, genau, so ist das bei Hunden ja nicht. Hunde finde ich zumindest, also ich betreibe ja nur noch eine Hundepension, ähm, sind, äh, durchaus sehr, sehr offen und auch, ähm, ja, verständnisvoll hört sich dann gleich ein bisschen übertrieben an, aber die Nebensachen war, wenn einer jetzt zum Beispiel nichts mit ihnen zu tun haben möchte, immer auch gern mal so in Gruppenstunden, auch in Welpenstunden, äh, gesehen, dass einer jetzt nicht bereit ist mit den anderen zu spielen, äh, das, ähm, nehmen die, äh, das nehmen die so auch hin. Also die lassen dem dann auch erst mal seine Ruhe, bis er mal selber irgendwie sagt, ich glaub, jetzt könnte ich mal mit, niemand überfordert den oder sonst wie was. Ähm, und das ist was Runde voll drauf haben. Also, da braucht man denen überhaupt gar nicht großartig zu helfen, äh, das machen die von sich aus, die sind sehr offen und, äh, tolerant, kann man jetzt schon fast sagen, ähm, also wirklich, wirklich toll, könnte direkt irgendwie Vorbild sein für, für unsere ach so tolle Menschheit, ähm, und, äh, deswegen, vergiss das, falls dir irgendein Hundetrainer jetzt da irgendwie was erzählen möchte, von wegen eure Rangordnungsstimme nicht. Das machen ja einige sogar schon, wenn sich der Hund, ähm, einfach mal bequem so mit einer Pfote irgendwie auf die, auf die, auf den Fuß von seinem Besitzer, äh, da so drauf packt, äh, da sehen welche ein Dominanzproblem, wo ich mir dann wirklich eher an den Kopf greife und mir denke, was, du hast doch nicht mal alle Latten am Christbaum oder was ist hier los, äh, so, äh, das ist, wie kommst du auf sowas, ne, ähm, vieles wird dann als Problem, äh, gesehen, wenn der Hund soziale Nähe natürlich auch braucht und sowas, ähm, äh, dass er die nicht mehr haben darf, weil dann wird er sich dann erstmal mal was überlegen und dann wird er schon geschmeidiger machen, mitmachen und so, alles Blödsinn, ne, das, das würde einfach auch, es würde überhaupt nicht passen, ne, und deswegen, ähm, ja, versuch dich auf das zu konzentrieren, was für dich und dein Hund wesentlich ist und, wie gesagt, falls dir einer erzählen möchte, von wegen Rangordnung würde nicht stimmen, ähm, schau dir das Video vielleicht ein zweites Mal an oder so, denk da nochmal selber drüber nach und dann kommst du von ganz von alleine drauf, dass Hunde keine Rangordnung in dem Sinne, ähm, brauchen, anstreben oder, ähm, überhaupt selber für erforderlich halten und dann wird das alles, ne, alles klar, in diesem Sinne, lass dir durch den Kopf gehen, alles Gute, deine Steffi. Wenn du noch Probleme hast mit deinem Hund an der Leine, dass er dich halt, ähm, wo er hinmöchte, auch hinterher schleift, dass er halt die Leine eigentlich ständig auf Zug hat und du, äh, da wirklich noch Bedarf hast, ich habe da was für dich vorbereitet, findest du unten in der Videobeschreibung, da ist ein Link, da klickst du einfach drauf und dann wird dir geholfen. Versprung.